Von der Gründung der Compagnia di Sant'Orsola bis heute gab und gibt es immer wieder bemerkenswerte und herausragende Frauen in der Gemeinschaft, seien es heilige oder heiligmäßige Frauen, Frauen, die als Pionierinnen in unbekannte Länder aufbrachen, oder Frauen mit besonderen Begabungen auf verschiedenen Gebieten. Einige seien hier genannt. Isabetta Prato, eine Frau der ersten Stunde. Françoise de Bermont, die die Gesellschaft der heiligen Ursula nach Frankreich brachte. Marie de l'Incarnation, Mystikerin, Missionarin, Schriftstellerin. Augustina de Herres, die in das vom Dreißigjährigen Krieg verarmte und moralisch verwilderte Deutschland zog. Isabella Leonarda und Maria Xaveria Perrucona, Komponistinnen des Barock. Maria Luisa di San Giuseppe Schiantarelli, die einzige Frau, die Postulatorin war. Märtyrerin von Orange und Valenciennes. Amadeus Zidane, die in Montana und Alaska segensreich wirkte. Vincenzia Neusey, Forscherin nach alten und neuen Wegen des Ordens. Ursula Lidochowska, Gründerin der Grauen Ursulinen. Blandine Merten, Ursuline von Ahrweiler. Josefa Brehme, Gründerin der Danziger Ursulinen. Salesia Reitmeyer, Gründerin von Louisville. Paula Thieser von der Schulenburg, Bildhauerin und Malerin. Maria Gerhard, die 22 Jahre in Brasilien ein Leben für die Armen führte. Dorothy Kaisel, Märtyrerin in El Salvador. Viva Vitalita, Cixperinem Vindom. Patrim Filion, Vita, Votem. Viva Vitalita, Cixperinem Vindom.